Hallo, 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 hallo. Was geht, Leute? Mein Name ist Lote D-D-D-Danny B-B-B-Bönich. Willkommen back zu einem neutem Video. Heute spielen wir mal wieder Waffenspiel. Und, äh, ja, ich hab gestern schon aufgenommen, gestern Abend schon aufgenommen. Übrigens, das ist einer von mir. Was? Was? Oh, oh mein Gott, okay. Kann mir bitte jemand eine klatschen, damit ich wach werde? Oh mein Gott, was? Was? Das ist der schlechteste Anfang ever. Okay, jetzt sammeln wir unsere Energien und spielen jetzt normal, würde ich sagen. Vielen Dank. Da, da kommt jemand, ich weiß, ich sehe dich. Hi, ha, ha, ha. Sehr dich. Genau wie dich. One shot. Das hat mich gestern so aufgeregt, weil es gab so viele geile Momente dort und... Nice, Baby, das will ich sehen. Das wurde... Nein! Ich glaube, er ist da gespawnt. Und ich hab gestern so aufgenommen und es gab so viele geile Momente und... Nice, Baby. That's what I want to see. Nice, Baby. Oh, komm schon durch. Oh, yeah! Oh, my God. Okay, sorry for my aiming. Oh! Der Kapitel habe ich nicht gesehen. Auf jeden Fall, ich war so sauer, weil es gab so geile Momente in diesem Gameplay leider. Und dann, wenn man merkt, scheiße, ich hab auf dem Wii U-Modus aufgenommen, weil ich Wii U aufnehmen wollte, eine Runde Mario Kart. Dann, äh, ich die Datei natürlich kaputt, was logisch ist. Ah! Ich wünsche manchmal, ich hätte eine höhere Empfindlichkeit. Hab manchmal so das Verlangen dazu. So. Wow! Jesus! Die Angst, dass man... Was? Ich könnte schwören können, das hätte getroffen. Ich könnte schwören können. Aber es ist wirklich ein Scheißgefühl. Oh, hinter mir überall, Alter. Oh, mein, das ist so... Oh! Die schlimmste Lage eines Cypers. Wo ist er? Komm, tut er! Töt er es! Holy shit, töt er es einfach. Ernsthaft? Gott, Partyspiele kann man immer spielen. Was? Habt ihr es gesehen? Ich hätte schwören können, das hätte er ihn getroffen. Oh! Der Typ hat auf mich gewartet. Ich glaube, der wollte mich zum Nachtisch. Nice, baby. That's what I wanna see. So, der Typ kommt vier lang. Boom! Ich glaube, der Typ magst du Explosionen? Okay, anscheinend nicht. Er auch nicht. Und... Ich hab mir jetzt das Samsung Galaxy S6, wollte ich übrigens sagen. Also noch nicht, aber am Dienstag hab ich jetzt auf jeden Fall. Oh nein, dann wird alles scheitern. Oh, hier kommt einer. Yeah! Okay, wir reden im nächsten Geplay weiter. Das war episch. Noch einmal, die Kicker vielleicht sehen. Es ist morgens, deswegen war der Anfang so komisch, weil ich nicht wach war anscheinend. Aber jetzt bin ich wach, baby! That's what I wanna see! Oh yeah! Wir haben ihn gehauen, baby! Er wollte nur schlafen. Hör dir nicht schlafen, Mann! Gute Nacht! Nächste Mal für Stand-Off, baby! That's what I wanna see! Und, ähm... Ja, ich hab... Wo bin ich stehen geblieben? S6, glaub ich, ne? Ja, S6. Ähm... Ich hab's mir gekauft. Aber krieg's erst am Dienstag leider. Und, äh... Ja, das alte Handy schenke ich meiner Ma. Ich hab' dasselbe beim S3 auch getan. Hä? Der Typ ist auf K. Wow! Der hatte auch... Oh, das wusste ich nicht. Ich dachte, er... Okay. Ähm... Sie hat das S3 damals verloren. Oder hat nicht verloren. Aber hier wurde sie klaut. Ich denke, da gibt's paar Unterschiede. Hi! Yay! Letzten Schuss! Holy shit! Wo ist er? Ich höre dich! Stop! In dein Gesicht. Ich komme! Vielen Dank! Oh yeah, baby! Das ist Action! Das will ich sehen! Gib mir noch mehr Action! Nice! Nein! Oh, habt ihr das gesehen? Ich glaub, ich bin extra so reingejumpt, um einfach so auf... Auf... Äh... Auf Duke Nukem zu tun. Wer kennt von euch Duke Nukem? Ist ein richtiger Badass, Motherfucker, Baby. Ah! Was? Er ist bei der Secondary. Okay. Ja, okay. Ist nicht so schlimm, dass du mich geholt hast. Vollkommen in Ordnung. Auf jeden Fall hat sie das live verloren. Und ich schenke ihr, das ist 4. Ich schenke ihr immer meine Handys. Also ich verkaufe die auch nicht oder so. Ich schenke ihr die immer. Weil sie mir halt einfach ultrahilft. Ihr wisst gar nicht. Als YouTuber ist man ja quasi selbstständig. Und man hat ultraviele Papiere. Und ich würde das niemals schaffen. Deswegen. Was? Okay. Deswegen ist es immer gut, eine Person zu haben, die einem hilft. Schätze ich mal. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und das ist halt in diesem Fall meine Ma. Mann. Oh, geht doch, Alter. Da bin ich tot. Was? Oh, Mann. Wieso sag ich so gerade? Wieso bin ich gerade so schlecht? Ich will ein bisschen mehr Action sehen. Mehr Gegner töten. Also es gibt, es ist echt komisch. Manchmal bin ich einfach richtig schlecht in Gun Game. Obwohl ich normalerweise ganz gut bin, würde ich jetzt behaupten, so. Sag mal. Ach nee, der ist gar nicht auf K. Der ist da gerade gespawnt. Was? Wieso das? Ah, meine Nase juckt gerade so. Ihr glaubt das gar nicht. Oh, sie juckt gerade so. Oh, sie. Oh, nice. Jetzt ist der Typ auf dem Gleichstand mit mir. Ich glaube, ich muss mich etwas konzentrieren. Auf jeden Fall, falls ihr das 6 habt. Ich hab mir das Edge geholt übrigens. Aber ich weiß, dass da auch Fragen aufkommen werden. Nice. Das war ein gutes Aiming. Ich weiß, dass sie dort ist. Oh, ja. Zum Glück hab ich sie noch geholt. Aber jetzt kommt die Waffe. Da hab ich gar keine Lust drauf gerade. Muss ich jetzt auch mal ganz ehrlich so sagen. Das, das, das meine ich. Hä? Wie kann man mich da nicht sehen? Ich bin doch so offensichtlich auf der Karte. Was zum Teufel? Der lebt einfach an mir vorbei. Als wäre ich gar nicht da. Da hat er sich den Tod auch verdient. Das ist meine Meinung. Hinter mir. Oh, Mann. Oh, ich hasse den Sliper. Mit Sliper ist man so... Ja, okay. So eine Waffe und dann Hitmarker. Ja. Beste Waffe ever. Boom. Ich hoffe, du magst Explosion. Das frage ich jetzt jedes Mal, wenn ich jemanden mit Explosion töte. Einfach nur aus Höflichkeit. Wow. So eine Überraschung. Oh, der Typ ist auf dem selben Stand wie ich. Yay. Nicht mehr. Jetzt bin ich der Erste. Hier spawnen die wie... Wie, 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 wie was? Wie, was spawnen noch oft? Wie meine Mama, wenn sie COD spielt, weil sie so schlecht ist. Keine Ahnung. Oh, das wird schwer. Das wird schwer. Yay. Das war ein schlechtes Spiel, leider. Also, ich bin nicht zufrieden mit dem Spiel. Das war gar nicht gut. Definitiv nicht. Ha. Was wollte ich noch sagen? Ja, es gibt viele Black Ops 3 neue Informationen. Sonntag, also morgen. Weiß ich denn das heute auf? An dem Tag, wo ich es uploade. Ähm. Gibt es mehr Informationen zu Black Ops 3? Wollt ihr diese Information von mir hören? Hier kann ich auch ein Video dazu machen. Und, äh, ja. Ich werde das Video vorher das mir hier stehen lassen. Vielen Dank, für's zu euch schon. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt, wie... Peres. Ihr seid und liked die Videos. Schau auf meinem Kanal vorbei, mehr Videos sehen, die ich produziert habe. Und abonniert ihr jetzt, um unsere Station beistritten. Ich werde dich im nächsten Video wiedersehen. Dann sage ich immer nur noch 3, 2, 1. Schau. Was geht, Leute? Mein Name ist Lotte. D-d-d-d-d-d-danny. B-b-b-b-b-b-b-nitz. Willkommen back. Zu einem erneutigen Waffenspiel hier in Black Ops 2. Und gerade eben bin ich aufgestanden.